Zages-Aluminium-Kisten Zages-Aluminium-Kisten haben im Laufe der Jahrzehnte schon einen fast legendären Ruf für Stabilität und Langlebigkeit erlangt. Eine derartige Verlässlichkeit kommt natürlich nicht von ungefähr. Zum einen werden unsere Produkte auf den Kundenanspruch hin entwickelt. Wir können für jede Anforderung eine maßgeschneiderte Lösung anbieten. Zum zweiten stellen wir durch eine Vielzahl anspruchsvoller Tests sicher, dass alle Spezifikationen stets eingehalten bzw. sogar noch übertroffen werden. Unsere Kisten haben zuerst mal eine Schutzfunktion. Der wertvolle Inhalt unserer Kunden muss allzeit sicher transportiert und gelagert werden. Und das auch dann, wenn es abseits befestigter Pfade mal rau und lass wird. Oder wenn eine Kiste runterfällt. Zum einen gibt es hierfür internationale Testnormen, beispielsweise die IP67-Prüfung nach DIN EN 60529 für Wasser- und Staubdichtigkeit. Das Besondere bei Zages ist, dass wir all diese Wassertests in-house durchführen können, direkt benachbart zur Entwicklung und Produktion. Auf diese Weise können wir auch auf spezifische Kundenanforderungen sofort reagieren und testen. Unsere Testgeräte sind übrigens stets auf dem aktuellsten Stand der Technik und zertifiziert. Normen sind wichtig und eine Grundvoraussetzung. Aber hier bei Zages reicht uns das noch lange nicht. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir testen unsere Produkte kompromisslos auf Funktionen und Langlebigkeit. Für die sensiblen Teile unserer Kunden benutzen wir schon seit Jahren Zageskisten. Und auch unter kritischen Bedingungen sind wir nie enttäuscht worden. Und die Beratung ist sowieso legendär. Für uns eine leichte Entscheidung.